Hallo liebe Harley-Fans, ich bin Andreas von Fischers Harley-Divis in Wien. Ich möchte euch heute wieder eine von unseren schönen gebrauchten Bikes präsentieren. Vor mir habe ich eine 1993er Heritage Softail Classic und das ist wirklich ein Wolf im Schafspelz. Diese Maschine hat einen Reftech-Motor mit unglaublichen 136 Kubik-Inch. Das sind circa 2,2 Liter Hubraum, sprich über einen Liter pro Zylinder. Geschätzte 130 PS, die Maschine ist in einem Top-Zustand, Weißwandreifen, viel Chrom, ist wirklich sehr elegant hergerichtet und da bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen, wenn man hier einmal Gas gibt. Der Asphalt fliegt quasi unter dem Reifen weg. Ein wunderschönes Bike, Gesamtlaufleistung circa 25.000 Kilometer, der Motor hat gerade mal 1.000 Kilometer drauf. Der Preis ist wirklich sehr attraktiv, kommt es euch die einmal anschauen, das ist wirklich ein Goldstück. Don't dream, do it. Das ist wirklich ein Goldstück.